eine neue woche hat gestartet und eigentlich gibt es gute voraussetzungen für den dax aber er kommt doch runter ja allerdings die geschichte das umfeld in der das ganze passiert ist zumindest vorläufig gar nicht so schlecht was ist passiert wir können es uns angucken der kurs hat gedreht er hat ein bisschen zu hoch für meinen geschmack ich hätte mir so sehr gewünscht er geht in die kiste rein dann würde wäre ich mir noch sicherer denn dann hätten wir die typischen rücksetzer größen gesehen die der markt also spricht die marktteilnehmer wir reden ja immer irgendwie von dem markt dem chart das ist alles so unpersonalisiert nein die die summe der marktteilnehmer ganz gerne mal ansteuert bevor sie dann wieder umschwenkt und sagt jetzt ist auch genug das hat der kurs gemacht hier also die marktteilnehmer rechtzeitig vorher noch gekauft für meinen geschmack ein bisschen zu früh trotz alledem sollte man sich angucken wie dieser anstieg war und ihr wüsst korrektiv wäre in diesem fall nicht so gut wir gucken mal ruhig beim dax im 15 minuten chart und gucken uns mal genau diese aufwärtsbewegung an noch mal zur erinnerung korrektiv sieht gerne irgendwie dreiwellig aus korrektiv sieht auch gerne irgendwie so aus dass man sieht dass es zwar in die aufwärtsrichtung geht aber ich mache den anderen ich mache es noch mal weg dann seht ihr es vielleicht ein bisschen besser also es geht dann in die aufwärtsrichtung aber man sieht dann dass wir rücksetzer in der aufwärtsbewegung haben die überschneiden also der ist niedriger als der punkt das heißt der ist tiefer als der das ist eine überschneidung also das ist das überschneidungsstückchen das ist meistens kein gutes zeichen weil es verrät dass die marktteilnehmer ein bisschen sorge haben sie lassen sich die wurst noch mal vom teller ziehen dass man vorher eigentlich ganz gut unterwegs war ja so richtig überzeugt ist man dann auf diesem teil stück nicht also genau dieses korrekturmuster was man dafür vielleicht im hinterkopf haben sollte na gut jetzt gucken wir mal was der dax tatsächlich gemacht hat wir sind hier auf dem weg nach oben gewesen wir sind dann nach unten wir sind nach oben wir sind hier nach unten wieder das hier übrigens eine scharfe korrektur viele von euch die das schon länger verfolgen die wissen dass sehr gerne das ist nicht zwingend aber sehr gerne das eine eine scharfe korrektur ist und das andere eher eine seitwärts korrektur seitwärts korrektur zeichnet sich dafür aus oder dadurch aus dass dieses zwischenhoch ungefähr auf gleicher höhe ist vielleicht sogar drüber ein bisschen wenn eine scharfe korrektur dieses hier weit voneinander entfernt ist stichwort pattern alternation für die die das interessiert also insoweit der anstieg den wir hier haben mustergültig sogar fünfwellig einmal hoch eine zweite runter dann die dritte wieder hoch eine vierte runter und nachher noch mal eine fünfte nach oben und das ist etwas was durchaus sehr typisch ist sehr häufig zu erkennen ist ich erkenne das auch nicht immer aber in diesem fall muss man schon beide augen schließen um es nicht sehen zu können also hier scheint es der markt aktuell ganz ernst zu meinen und relativ sauber eben entsprechend abzubilden so damit sind wir eigentlich mit der fünften welle und ideal typischerweise sollte jetzt eine korrektur kommen so diese korrektur die müsste klassischerweise wir können das mal so halbwegs hier für den namens man könnte man sich jetzt streiten welches tief man nimmt fangen wir das mal nicht an das ist nicht ganz so relevant weil sie alle auf einer höhe sind der rücksetzer wäre sehr typisch in diesem bereich ich muss das immer wieder betonen sehr typisch heißt längst nicht dass genau das passiert er erinnert euch an die skizze die ich euch eben gezeichnet habe typisch wäre eigentlich gewesen wenn der kurs hier noch mal rein geht hat er nicht gemacht lässt zwei schlüsse zu entweder ist er hier etwas untypischer ist ja nicht so arg weit entfernt aber etwas untypisch ein bisschen zu früh kein drama aber eben möglich oder aber er holt das noch nach er geht da noch mal rein dass er da noch mal rein geht jetzt direkt das finde ich weniger wahrscheinlich aktuell zumindest mal warum naja weil wir hier fünfwellig nach oben sind wenn der hier korrektiv auf dem weg nach oben gegangen wäre dann hätte ich gesagt okay der geht da noch mal rein aber es ist nun mal ganz klar nicht korrektiv und deshalb ist die vermutung dass er in diese blaue kiste reinläuft manch einer hat gesagt man kann das immer nicht lesen ich muss das mal ein bisschen größer machen versprochen da werde ich mich nochmal drum kümmern jetzt lese ich es euch vor die blaue kiste ungefähr also das kommt mir nicht auf den schnapps drauf an hier also ich ziehe sie sogar mal etwas höher noch ja also die muss jetzt nicht millimeter genau da sein aber ich sage mal ungefähr 16.040 in etwa unterseite 15.890 in etwa das ist so die ganz grobe größe die mitte hier liegt ungefähr bei 15.960 das ist der index hier den ich euch gerade vorlese also nur dass ihr so eine orientierung habt da rein wäre eigentlich eine wunderbare geschichte er kann vorher drehen das haben wir eben in dem anderen beispiel gesehen das ist statistisch nicht unwahrscheinlich dass das passiert aber es ist schöner wenn er hier tatsächlich reingeht erstens mal weil das ganz gut von der erwartungshaltung ist dass es nämlich nachher dann wirklich auch dauerhaft weiter nach oben geht deshalb würde ich mir jetzt nicht so sehr wünschen dass er jetzt hier irgendwie nur bis dahin geht und dann dreht dann bin ich nämlich nachher nicht sicher ob später noch der rücksetzer folgt manch einer erinnert sich so ähnlich sah das beim dau aus das gucken wir uns gleich nochmal an gesondert also deshalb würde ich mir wünschen dass er hier unten rein geht und es soll ja korrektiv sein und damit sind wir wieder ja gerne dreiwellig dreiwellig könnte so sein oder wenn man es ein bisschen auseinander klamüsert vielleicht sogar noch so und da seht ihr schon wenn ihr ein bisschen länger mit dabei seid da ist vielleicht sogar noch ein zwischenschort drin also dass hier die etwas aktiveren für euch hier nochmal zwischendurch short gehen können wenn er diese marke hier durchstößt um dann später long zu gehen entweder weil ihr hier unten in der kiste irgendwas wendetaugliches seht vielleicht habt ihr selber einen ansatz dazu mancher guckt ja auf indikatoren das ist nicht so mein ding aber kann man ja machen wenn man das möchte vielleicht gibt es hier auch noch in der nähe dieser unterstützung die wir hier aus den ehemaligen hochs da haben wir zumindest mal eine ganze reihe liegen vielleicht auch hier unten nochmal dass da nochmal eine besondere unterstützung ist vielleicht auch noch eine kerzenformation das könnte ein hammer sein das könnte morningstar sein das könnte engulfing pattern was auch immer euch da vorschwebt dass man hier im nahkampfchart entweder die umkehr findet oder wenn es tatsächlich ja in irgendeiner form so aussieht spätestens an der stelle mit erwartungshaltung dass das was wir hier vorne haben da hinten mindestens nochmal passiert und wir dann eigentlich auf dem besten weg sind eine realistische chance haben dann wirklich langsam mal die 18.000 anzugreifen also dann weiter nach oben zu stürmen ich weiß das wirkt ein bisschen eigenartig weil wir hören immer so viel negatives und das ist alles macht doch gar keinen sinn dass es steigt wir reden hier über die börse wir reden hier nicht über sinn oder unsinn von kurssteigerungen sondern wir reden über das was die marktteilnehmer tun und ich als händler bin hauptsächlich daran interessiert zu sehen was die marktteilnehmer tun und nicht so sehr was sinnvoll wäre denn verdient wird leider nicht immer mit sinnhaftigkeit sondern sehr häufig eben mit naja was passiert denn da gerade und im moment ist es eben kein bärisches bild das heißt nicht dass es nicht noch tiefer gehen kann es heißt nicht dass wir vielleicht riesen crash sehen können das kann jederzeit passieren aber alle rücksetzer bis in diese zone und für uns gilt das müsst ihr nicht genauso sehen aber wir haben immer die 78 6er marke die liegt aktuell bei 15.820 circa solange der kurs oberhalb bleibt insbesondere wenn er das dreiwellig oder in irgendeiner form wackelig ich sag das mal mit diesen kursüberschneidungen macht ja also ihr seht das kann auch durchaus ein bisschen noch länger sein das muss jetzt nicht zwangsweise da schon fertig sein solange das die abwärtsseite ist bin ich ein großer freund der bullischen einschätzung das ändert sich wenn wir da durchgehen und jetzt das ist ganz wichtig damit dass diejenigen die jetzt nicht so erfahren sind an der börse meine aussage ist nicht es geht jetzt ganz sicher nach oben sondern meine aussage ist das ist ein bullisches bild und dieses bullische bild ist völlig unbeschädigt solange wir oberhalb dieser unteren marke sind und idealerweise irgendwo hier reingehen und dann schon anfangen zu drehen das heißt ich sage das in völliger unwissenheit über die zukunft ist nicht meine aufgabe als händler die zukunft fair zu sagen sondern es ist meine aufgabe als händler zu erkennen ab wann das bild was ich vielleicht dann eben nutzen möchte nicht mehr gilt dann muss ich raus spätestens sprich einen stopp setzen eine absicherung machen was auch immer der fall ist so also ihr seht meine erwartungshaltung ist hier im kleinen wohl eher in der nächsten zeit abwärts ich würde mich eigentlich freuen wenn er korrektiv hier rein liefe dann hätten wir wieder eine schöne klarheit was er gerade macht und dann würde ich mich über den nächsten longtrigger freuen und dann die aufwärtsseite die wir auch übergeordnet nach wie vor gut finden dass die wieder aufgenommen wird wenn der kurs hier durchgeht durch diese marke durch die 15.820 in etwa dann würde ich tatsächlich sagen geht es auch noch mal hier rein das ist jetzt kein riesenunterschied leider 15.600 also wer jetzt etwas weiter den stopp haben will das bullische bild bleibt weiterhin im etwas größeren rahmen wenn ihr also etwas langweiliger unterwegs seid nicht so häufig aktiv sein soll nach wie vor über der 15.200er marke ist das große bullische bild nicht beschädigt erst wenn er da drunter geht ist das ein deutliches zeichen hier tut sich was das heißt wenn der kurs jetzt bis darunter fällt von mir aus 15.400 kann man alleine an diesem rücksetzer nicht erkennen dass der bullenmarkt vorbei ist das kann sein dass der vorbei ist aber das kann man an der geschichte nicht erkennen denn weiterhin gelten diese bullischen bewegungen mit schub hoch korrektiv runter ganz normal weiter das heißt entweder müsst ihr enger stoppen wie wir das hier zum beispiel gesagt haben oder wenn ihr wollt noch enger stoppen zum beispiel mit irgendwie nachziehmechanismus was auch immer euch davor schwebt dann seid ihr da wahrscheinlich schon raus völlig zu recht weil die fünfte welle ist ja schon durch also insofern gewinnmitnahme schon völlig in ordnung wenn ihr ganz kurzfristig unterwegs seid wenn ihr das eben nicht so kurzfristig machen wollt weil ihr vielleicht auch andere hobbys habt oder beruf nachgehen müsst keine ahnung was auch immer ihr sonst so alles treibt dann wäre das eben der punkt entweder hier drunter oder aber spätestens unter der 15.200er oder 150er Marke da irgendwo wo wir gesagt haben da wollen wir ihn eigentlich nicht mehr sehen bis dahin werden wir wahrscheinlich noch mal sprechen dann können wir falls der kurs je so tief noch mal runter geht das ja neu bewerten also bullisches bild mit aussicht auf niederschlag und Möglichkeiten dass daraus was neues erwächst das haben wir ja aus anderen bereichen auch so gucken wir uns den dow jones an der ist ein bisschen verwirrend aus meiner sicht ganz kurz was ich vorhin angesprochen hatte auch der dax da erzähle ich euch nichts neues ich hatte das ja letztens gesagt hier eigentlich der fünfweller und meine erwartungshaltung war dass er hier in die mitte reingeht also nicht jetzt die box die habe ich ja anders gezeichnet sondern dass er da in die mitte reingeht mit der chance dass das hier direkt runter geht er ist aber nicht so tief runter gegangen und deshalb das bild was ich eben angedeutet habe dass der fünfweller zwar hier zu ende ist von hier aber eine a b c ist die ist in die box reingelaufen über die box kann man sich streiten die könnte man auch noch ein bisschen tiefer malen können auf das ding haben wir aber alles letzte woche besprochen müssen wir nicht noch mal breit treten und damit ist die möglichkeit dass es fertig ist in der abwärtsseite eine andere alternative weil es hier so wackelig war dass er noch mal runter geht er hat aber nicht mehr tiefer hat nicht mehr getriggert also insofern war das offensichtlich vorläufig kein thema und er ist auf dem weg nach oben er hat auch damit die 78 sechser durchstoßen also wie ich finde ist er auf einem ganz guten weg bullisch unterwegs zu sein trotz alledem gefällt mir der zum handeln am wenigsten also das ist der e mini dow jones future oder dow future gefällt mir am wenigsten weil ich dieses anstiegspattern anders als beim dax da konnten wir das so schön erkennen mit dem 15 minuten und fünfwelligkeit und so was weiß ich was das ist hier ein bisschen schwieriger weil der anfang so viele überschneidungen hatte da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher was ich ihm hier zugute halten muss zumindest das sieht wie aus impulsiv oder korrektiv dreiwellig und damit korrektiv also das ist abwärts und korrektiv voraussichtlich die falsche richtung ich gehe also davon aus wir haben ganz gute chancen dass es weiter nach oben geht stichwort letzte zwischenhoch also irgendwie sowas notfalls ein bisschen aggressiver da wären anzeichen für eine fortsetzung nach oben da das aber nicht die erste korrektur ist wir hatten hier vorher auch schon irgendwelche korrekturen die ich nicht so gut zuordnen kann ich glaube die passen besser zusammen von der größe vielleicht diese hier mit dieser hier dann hätten wir hier wieder eine scharfe korrektur weil tiefer als der da hier ist eine seitwärts korrektur weil der ist noch mal höher als der das würde wieder passen also dann hätten wir hier eine korrektur die hier wieder passt das wäre quasi irgendwie so intern so halbwegs die bewegung aber dann wären wir hier eigentlich schon in der fünften welle das heißt irgendwie sowas in dieser richtung kriegen wir da hinten vorläufig noch mal also ihr seht das hier diese zwischenhoch sind ungefähr beim future bei 34.650 in etwa ein bisschen drunter das ist dritte juli ich muss mal gucken dass ich euch das ein bisschen größer macht dann könnt ihr das in der aufzeichnung besser sehen mache ich gucke ich mal dass ich es bis nächstes mal hinkriege hier und dann haben wir zumindest mal ein ziel was oberhalb dieser marke liegt 34.700 finde ich jetzt nicht super sexy ich handel ungern die fünften wellen die können sehr lang sein habe ich was verpasst aber häufig sind sie eben statistisch gesehen nicht mehr ganz so lang und ein bisschen schade wenn man dann drin ist und dann feststellt naja hat sich ja kaum gelohnt lohnen da würde man im zweifelsfall sagen ist doch egal solange es positiv ist das problem ist im verhältnis zur stop weite ist das häufig nicht mehr gut genug denn viele vergessen was ich eben schon mal angedeutet habe es geht ja nicht darum dass wir immer richtig liegen sondern wir gehen ja statistisch vor das heißt ich muss damit rechnen dass ich auch häufig falsch liege und dann brauche ich natürlich ein möglichst gutes chance risiko verhältnis und nicht noch eins was dann so dünn ist dann ist das eher nachteilig aber muss jeder natürlich selber wissen für mich ist die fünfte welle eher nichts trotz alledem ist das eher ein long anzeichen hier wenn der kurs da durchgeht bin ich mir relativ sicher dass es hier hoch geht man kann überlegen jetzt einen stopp falls ihr long seit aktuellen stopp hier drunter nachzuziehen und dann vielleicht ein bisschen enger hinterher zu ziehen also wenn diese grünen punkte wieder kommen oder die roten fangen jetzt hier wieder an nachzuziehen dass man sagt okay jetzt sind wir so in der letzten phase dieses anstiegs ich ziehe jetzt hinterher vielleicht 15 minuten ein bisschen arg eng es hängt davon ab ob ihr sehr eng unterwegs sein wollt und notfalls noch mal oder ob ihr sagt ich will ein bisschen mehr raum lassen trotz alledem es sieht durchaus aus als ob wir eine ganz gute chance haben für bald noch mal nach oben hier was ich mir auch vorstellen kann ist der hier ist guckt mal etwas höher als der punkt ebenfalls noch korrektiv wäre auch so etwas denn wir sind hier überschneidend unterwegs also es kann auch sein dass er noch mal einmal tiefer geht und anschließend erst nach oben also das wäre ebenfalls nicht auszuschließen dann würde er aber wahrscheinlich dieses hier nicht mehr triggern dass der grund warum ich diese trigger gerne nehme für die entsprechenden long situation die können natürlich auch gucken und sagen menschen rüdiger muss ich denn um 15 minuten chart kann ich nicht intra day wenn hier im fünf minuten chart ein wunderschöner anstieg ist korrektiv runter dann könnt ihr natürlich auch das kurze bild intra day handeln wenn ihr auf den kurzen zeitebenen ebenfalls vielleicht im nachmittagshandel oder sowas unterwegs sein wollt eigentlich hatten wir aber gesagt dass der s&p uns lieber ist gehen wir mal ganz kurz auf den s&p 500 also der s&p future s&p mini future in dem fall gucken uns den an oder e mini muss ich sagen das ist der offizielle future den man so im blick hat dafür rücksetzer bis in die kiste noch mal zur orientierung haben wir letzte woche ganz in den letzten wochen immer wieder besprochen was das hier sein oder letzte ein zwei sagen wir viele tage haben wir darüber gesprochen warum diese kiste und wie daraus ist er jetzt nach oben gegangen und wir haben schon gesagt also hier sind die chancen relativ hoch dass er hier drüber ist das hat er jetzt erreicht wenn auch knapp aber damit könnte das jetzt schon vorbei sein diese aufwärtsbewegung was allerdings auffällt ich bleibe mal hier im vier stunden chart dass wir von der struktur her ein anstieg hier hat man eine große pause haben wir so ein bisschen wieder irgendwie also ich würde fast sagen es kommt noch mal eine kleine pause vielleicht passt die auch zum dax in den nächsten tagen dass der dann ein bisschen pause macht das was wir beim dax eben angesprochen haben und anschließend kommt noch die fünfte welle dann hätten wir hier sogar wieder unseren klassischen fünf welle ich mache es noch mal weg ihr seht das hier war eine paul also ich mache es noch mal weg dann können es vielleicht ein bisschen besser sehen anstieg pause und dann kommt die nächste vielleicht anstieg kleinere pause anstieg kleinere pause noch mal ein anstieg und danach kommt wieder eine pause a la dieser hier und dann noch mal der letzte also ich würde fast sagen wir sind auch jetzt also insgesamt im großen bild sind wir weiterhin bullisch unterwegs die frage ist geht es jetzt nur noch hoch oder kommt noch mal ein rücksetzer ich präferiere weil das nicht so typisch aussieht für ein korrektivmuster jetzt könnte man sagen aber rüdiger könnte das nicht sein zack hier ist irgendwie pause und zack zu lang gezeichnet ich mache es noch mal könnte es nicht ein drei wähler werden und runter ausschließen mag ich das nicht aber immerhin ist dieser arm deutlich länger als der vordere das gibt mir ein ganz gutes gefühl dass es wohl vielleicht doch eher die bullische seite ist und hätten die marktteilnehmer vielleicht vorher schon ins gras gebissen beziehungsweise auf die cell taste gedrückt gewinne mitgenommen ich habe den eindruck dass die bullische seite also eher korrektiv runter und weiter die beliebtere geschichte ist aktuell ja aufgrund dieser größenverhältnisse aber wir können uns das relativ einfach machen wenn wir gar keine ahnung haben wir hatten einen rücksetzer der die letzte pause war ungefähr die oder wenn ihr wollt von mir aus in dieser ungefähr in dieser größe so nehmen wir mal an das passiert jetzt hier von diesem hoch oder er klettert noch mal jetzt haben wir so ungefähr eine ähnliche größenordnung das heißt solange der kurs in diesem rahmen runter geht eigentlich gehe ich davon aus dass man ein bisschen weiter klettert und danach das passiert aber nehmen wir mal an es würde jetzt passieren dann haben wir so eine größenordnung also tiefer als so sollte er dann eigentlich nicht mehr fallen das muss ja hier irgendwie dazu passen tendenziell sogar weniger also hier aber ganz dicht würde ich den stopp nicht machen denn die müssen nicht millimeter genau exakt gleich groß sein es sollte nur so ein bisschen dass man sagt ja okay wir sind im gleichen rhythmus unterwegs ich kann mir sogar vorstellen dass es nur diese korrektur ist hier ungefähr also sogar noch ein bisschen kleiner aber vorstellen kann ich mir immer ganz viel für mich aber als händler bietet das die möglichkeit ich weiß ungefähr wie ich mit meinen stops umgehen muss ich kann jetzt also hier sagen okay ich messe mal die größenordnung kann mal diese größenordnung hier an rücksetzer messen und es ist so ein bisschen ein gefühl kriege wie groß waren die hier ich kann natürlich auch noch mal dafür suchen hier irgendwie mit der fibonacci retracement haben wir die 23 6 also alles eigentlich ganz gut in ordnung theoretisch könnte man es auch noch mal hier messen für die interne bewegung was jetzt keinen großen unterschied gibt das heißt rücksetzer bis hierhin für die die es jetzt nicht ablesen können diese box ist ungefähr 4.475 bis ungefähr 4.465 das geht mir nicht nur millimeter genau mir geht es nur darum ungefähr diese größenordnung würde passen als eine normale korrektur sprich wenn der kurs so weit runter geht dürfen wir nicht sagen um himmels willen das ist ja katastrophe damit konnte man nicht rechnen oder sonst irgendwas das wäre im prinzip das pandor zu dem was wir vorher auch schon hatten und immer noch eine realistische chance dass der kurs weiter nach oben geht erst wenn er da durchgeht muss man sich die frage stellen wo ist jetzt los das heißt ich muss mein stopp gar nicht hier unten machen das vielleicht gar nicht so clever denn wenn wirklich so ein szenario kommt ist dieses hier als ein stopp nicht so besonders toll weil dann dann geht er nämlich gerne ein bisschen tiefer und dreht danach ist man tiefster stelle ausgestoppt also entweder muss ich den stopp dann deutlich tiefer setzen das hatte ich aber in der letzten woche mehrmals erklärt wo das ist noch mal orientierungshilfe dieses ding hier also ich aus meiner sicht auf jeden fall locker unter 4320 irgendwie sowas oder wahrscheinlich müsste man noch ein bisschen sicherheitsreserve mit einbauen also wer das weite bild sucht der sollte die stops irgendwo hier in diesem bereich haben sagen 4300 in etwa da müssen wir notfalls genauer noch mal gucken wenn er sich der sache nähert aber so ein bisschen orientierung auch an diesem rücksetzer den wir hier haben sowas in der richtung also sagen wir 4300 in etwa als backup sollte dann in ordnung sein das ist für die die sagen komm ich bin drin ich will da nicht dauernd was machen müssen lass mal den stopp einigermaßen weit weg ziehen so aber für die nahkampf spezialisten die erste aufhorchmarke ist so die unterseite meiner blaue kiste in etwa dann sehen wir schon oh gott wir spielen an einer größenordnung einer anderen mit also 4465 irgendwie sowas in der richtung vielleicht ein bisschen niedriger immer ein bisschen sicherheitsabstand die müssen nicht exakt gleich groß sein aber was untypisch ist wenn ihr so einen anstieg habt dass ihr hier so eine korrektur habt und da habt ihr so eine korrektur als vierte das würde man nicht sagen das ist die erste korrektur das ist die zweite weil das passt nicht von den größenverhältnissen das sollte immer so halbwegs in der nähe sein dass man sagt okay ich erkenne dass das passt so halbwegs von den größenordnungen also mit rücksetzern auch hier zu rechnen nicht zwangsweise sofort denn der fünfminuten chart hier suggeriert dass die abwärtsseite ist das abwärts übrigens wieder schub runter wackelig nach oben schub runter das ist ein klassisches korrekturmuster drei wellig und ein schweger wäre hier mit hoffnungsvoller erwartung dass wir höher sind ich mache es noch mal ein bisschen größer der schicker aber für mich ist das kein gutes handelsding ihr wisst das wäre die fünfte welle die wir hier erwarten und mein mindestziel liegt hier naja also hier einzusteigen um irgendwo da drüber zu kommen mein stop müsste dann ja zum beispiel irgendwo hier liegen 78 ich sag euch gleich trotzdem die marken noch mal durch also der stop seht ihr es viel zu weit weg dafür dass ich einen ungewissen ausgang habe wie viel es hier drüber geht es kann bis dahin gehen und dann umdrehen das kann auch noch ein kilometer hochgehen das ist aber nicht so sehr sinnvoll das wird vielleicht anders wenn wir im laufe des nachmittags sowas machen dann kann ich diesen trade ja sowieso machen dann habe ich wieder engere stops und weitere targets meine zielhöhe ist die gleiche aber gemessen an meiner stop und an der bewegungsidee habe ich dann ein viel höheres crv als ich das jetzt dann habe aber das hängt wie gesagt davon ab wie diese bewegung insgesamt intraday aussieht die intraday händler unter euch wissen das sicherlich einzuschätzen diese hochmarke das ist vom dritten juli 12.30 also heute 12.30 ungefähr 4.493 der stop so wie ich ihn jetzt hier mal vorgelegt habe 4.482 55 also 50 ist ja mal 25 basispunkte schritte dick größer oder oder schrittweite sozusagen und das hoch naja gut das findet ihr im chart selber ungefähr 4.498 oder was es ist also insofern ich sehe den hang für jetzt schon weiter nach oben das finde ich völlig in ordnung ich fände es noch akzeptabel wenn der kurs früher oder später noch mal in dieser größenordnung zurückfiele geht es gibt es erst neuere hochs dann müsste ich halt auf den neuen hochpunkt rechnen das wird vielleicht nicht so großen unterschied machen aber dann könnt ihr das ein bisschen dann entsprechend anpassen und danach käme erst wieder eine korrektur irgendwann und die korrektur geht immer letzte impuls halbe strecke wieder zurück aber da erzähle ich euch glaube ich nichts neues jetzt kommen wir zum nasdaq eigentlich bin ich beim nasdaq noch gar nicht so ganz schlüssig was das ganze werden soll warum was ist beim nasdaq anders oder wie sieht das aus erstens mal wir haben gesagt wenn er hier durchgeht sehe ich ganz gute chancen dass wir das hoch das ist die gleiche argumentation die ich eben mehrmals gesagt habe dass wir da oben durchgehen gleichzeitig hatten wir letzte woche aber gesagt naja mindestziel für die geschichte 1 2 3 4 5 hoch a b c runter ist die 1 zu 1 projektion die haben wir ziemlich pünktlich erreicht ja da kann man also sagen der markt hat das gemacht oder nein die marktteilnehmer haben das gemacht was sie immer tun und damit das ziel erreicht und es besteht eine restgefahr dass die marktteilnehmer jetzt sagen von wegen hier neues hoch wir gehen erst noch mal einmal runter und anschließend gehen wir weiter hoch wer das fürchtet der muss natürlich irgendwie sein stopp jetzt hinterher ziehen das könnte zum beispiel hier sein parabolik oder supertrend die sind nicht immer perfekt darum geht es nicht aber ihr habt dann immerhin wenn ihr keine andere lösung habt wenn ihr elliotwellen affin seid könnt ihr das immer damit natürlich noch machen wenn ihr sagt das sagt mir alles nichts parabolik hat meine chartsoftware habt ihr immer eine möglichkeit in der trendrichtung und wir wollen ja in trendrichtung drinnen sein möglichst nicht ganz doof dabei zu sein ist nicht optimal aber zumindest nicht ganz doof dabei zu sein und habt ihr so ungefähr eine idee wie damit umzugehen ist also wer wirklich hier erst eingestiegen ist für mich war das ja kein einstieg gleiche argumentation wie zuvor gesagt weil fortgeschrittene welle aber wer dort trotzdem eingestiegen ist ich hatte euch das vorgeschlagen wenn das für euch was ist dann habt ihr den stopp nahezu schon auf null und wenn er jetzt runter fällt wird er in der nächsten in der nächsten zeit wahrscheinlich noch ein bisschen höher habt ihr nichts verloren ist alles in ordnung eine alternative zu diesem mechanismus ist es darf ja jetzt einen rücksetzer geben aber der darf nicht unterschreiten das letzte zwischen hoch also sprich das hoch was wir am 28 juni 16 uhr hatten das liegt ungefähr oder ich sag's euch ziemlich exakt hier beim future ich sag's euch nicht aber nicht aus boshaftigkeit sondern weil ich unfähig bin so da haben wir das hoch 15.219 wenn er das also das ist das hoch hier wenn er das nicht unterschreitet ist erstmal alles in ordnung wenn er es unterschreitet also wenn er dadurch dieses hoch geht dann bin ich mir eigentlich relativ sicher dass er das was wir hier vorne hatten da hinten nochmal macht würde mich zumindest mal nicht wundern zweite alternative hier aber zum frühwarner ist das hier das sollte er eigentlich nicht mehr unterschreiten das hier wäre noch das nächste können doch mal messen wie lang war denn die vorherige wie tief war die vorherige korrektur naja also wenn ihr ganz sicher sein wollt dann müssen wir jetzt in die tiefe einsteigen wenn diese korrektur millimeter überschneidet aber oberhalb der grünen linie bleibt dann ist das immer noch eine kleinere korrektur als die dann könnte das eine interne sein dass das eine 1 ist eine 2 und innerhalb der dritten welle eine kleine 1 eine kleine 2 ich weiß das ist jetzt für viele zu starker tobak wenn euch das jetzt nichts sagt also ich revidiere das nicht dieses hier wäre mein stop da würde ich dann sagen dann bleiben wir logisch die grüne marke macht die gleiche größe ich möchte also nicht dass er 15.201,5 unterschreitet also sprich den stop 1 tiefer 25 basispunkte tiefer hier basispunkte sind mal nachkommastellen sozusagen tiefer dann den stop dann entsprechend zu setzen weil es könnte sein dass er unter dieser diese marke geht es könnte sogar sein millimeter gemaut dass er da drunter geht solange er kleiner ist als die grüne marke hier könnte das eine interne noch sein also ausschließend mag ich das nicht das ist sehr dünnes eis weil es sehr wenig spielraum dafür gibt aber möglich ist es und ich muss mit meinem stop ja die möglichkeiten abdecken die doof sind weil ich darunter nicht leiden will und die anderen sachen die muss ich nicht abdecken insgesamt zusammengefasst allerdings auch hier also im großen sowieso weiterhin das bullische bild die gefahr besteht dass wir noch mal erst mal ein bisschen tiefer gehen das noch mal ein bisschen tiefer gehen ist allerdings erst mal kein ganz großes problem also dann reden wir von kursen vorläufig die in diesem umfeld hier bleiben also irgendwo bis dahin gehen das kann natürlich passieren wir können noch mal einmal so ein bisschen gegen messen was wir hier auf tagesbasis als größenordnung mal hatten diese bewegung hier runter da sind wir mehr oder weniger ihr seht das ist nicht millimeter genau es geht nicht darum dass exakt gleich ist die nächste größe an korrektur wäre diese hier erst wieder und das hieße das könnte dann locker nochmal machen wir die anderen marken alle weg die brauchen wir jetzt nicht mehr und die also diese marke die haben wir gesehen ist 14.925 26 oder knapp 27 gewesen die untere die quasi diese größere präsentiert wäre 14.332 also das wäre auch noch möglich auch wenn ich erst eigentlich glaube dass wir nochmal nach oben gehen also selbst wenn er jetzt runter geht würde ich erst mal in der nähe der oberen grünen das erwarten damit wir diese struktur hier wieder haben 1 2 3 4 5 und danach würde ich eine rücksetzerbewegung dieser art erwarten zusammengefasst alle märkte irgendwie weiterhin bullisch im großen bild allerdings mit einer gewissen chance insbesondere beim dax dass wir mal einen rücksetzer erleben der uns allerdings einen wunderschönen einstieg dann bietet bei den amerikanern sind kleinere rücksetzer eher wieder einladungen für den kauf ich habe euch die marken genannt die vorläufig eine pause dort mitbringen würden ich hoffe dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt und ein bisschen spaß zum wochenstartrió wird dann chao prügige